N-R-W-BENYO Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Alter, das kommt bei dir! Alter, was machst du da Jürgen? Alter, was machst du da? Fahr, fahr, fahr! Fahr los! Ach schon wieder? Was ist hier los? Raus! Raus! Nein, nein! Nein, das liegt tatsächlich an ihm, mit Tauern. Warum ich das mache? Warum fliegt dann der Lennart in den Heimweiß? Oh nein! Oh nein! Bitte, Anna! Steige aus da! Ich steige dich aus! Wir müssen aussteigen! Anhalten, bitte! Könnten Sie vielleicht einmal rechts ran fahren? Könnten Sie vielleicht einmal rechts ran fahren? Bitte! Einmal vielleicht... Also, einfach rechts ran! Waren Sie in Rockwurst? Ey, ich flieg mit dem Wagen zum Präsidium! Ich mach dich! Was ist da grad los? Richter für Wodkopf! Richter für Wodkopf! Ich glaube, da müssen Sie mal den 590-Opfung fragen. Kann sein, dass Sie noch bei dem Einsatz unterwegs sind. Pfff! Pfff! Der Präsident lügt dich an, oder was? Doch, vielleicht ein bisschen. Zeig mal aus! Was war denn das bitteschön für den Marder? Bring den Wagen mal weg! Ich brauch den Wagen hier! Das ist nicht Ihr Ernst! Eifel bleib frei, komm! Nein, nein, nein! Ey, was macht denn das jetzt? Ey! Jungs, Jungs, Jungs! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Oh Gott! Oh, was ist das? Was ist das? Ich hab... Ich hab, ich hab... Ich hab... Ich hab... Die Sterbe! Lieben Dank, mein Freund. Ach, weißt du was? Was? Wir gehen doch runter. Einfach mal ein Motto austalten. Merk. Lebt deinen Traum, denn er bleibt war.... WANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN! Mein Dienst steht heute unter dem Motto Das ist nicht Du musst den Wasser kaufen, oder? Ich liebe dich, Junge Ja, warum? Was ist das? Ist das nicht ansteckend? Ist das nicht ansteckend? Was passiert? Ich hab's nicht mehr verstanden, was die ganze Zeit hat Ich sterbe ich von hier? Ja, egal, mach trotzdem Da war Also, die schießen ja wirklich durch Wände und Türen, ne? Ey, meinst du hier zu einem? Ja, werf doch! Ich hab die Flasche verkackt! Nochmal! Oh mein Gott, ich hab das Trenn... Ich hab... Ich hab Waffe auf Sicherheitstupe gehabt Ey, ich höre den die ganze Zeit noch raus Das ist ja unstellen grade Langsam raus Hugo, ey. Alter, das ist ein bisschen gefährlich, was du hier machst. Ey, du laberst immer einen Scheiß. Ja, ich weiß ja nicht, ne, also. Pass auf jetzt, wie ich hier lande. Wie der König. Ah, landet, Vorsicht. Oh, oh, raus! Rüdiger, steck! Geh, 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 geh! Oh nein! Ich bin im Wasser. Mach mir mal neun. Mach mir mal neun back. Ups! Ups! Hey, Jungs! Nee, 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 nee. Sie haben ja auch damit getankt. Ah, ja, das... Ach, da hattest du keine Uniform, Mann. Natürlich, da war ich noch nicht Polizist. Erinnere ich mich. Schon ewig her. Genau, Armano, das interessiert mich ein Scheißdreck. Und jetzt verpiss dich von hier. Glaube ich. Ich hab Spaß gemacht, Armano. Alles gut, está bien, sí? Alles gut, Armano. Sei mir nicht böse. Wieso sind die alle so griech? Wie kann man so ein Wichser sein? Ich hab gesagt, Armano. Ich bin ein Arschloch. Ich kann da nicht nichts für. Bilder von dir. Überall. 110, 122. Warum ist der noch überhaupt hin da? Abziehen oder wie schießen? Was? War das ein Schussgall? Randa. Ey, alle Einheiten einmal zum ADAC. Ey, ihr seid ja wirklich gestiegen. Der meint uns damit. Alle Einheiten einmal zum ADAC kommen. Sofort. Wo ist der jetzt hin? Kommen wir zu überlegen. Ja. Ja, ich bin hoffen mit. Ey, die meinen... Oh, oh, oh. Alter, die war voll besetzt. Nicht raus. Kommen wir zuerst gekommen. Hast du noch ein CD? Positiv, weiter auf dem Weg aufs Dach. Äh, ich steck dazu. Check. 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 Bis zum nächsten Mal.